Hey, ich bin's, das Kältchen. Und das sind die Villen in Heilbronn-Ost. In einer Stadt, die so durch die Zerstörung des Kriegs geprägt wurde, geben sie dir heute noch einen Eindruck vom historischen Heilbronn. Und das in einem der beliebtesten Wohngebiete, dem Heilbronner Osten. Dazu entwickelte er sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Fabrikanten und wohlhabende Familien Bauten außerhalb des Stadtkerns. Zunächst im Süden der Altstadt, dann zunehmend auf den Hügeln im Osten. Heute stehen die Villen unter Denkmalschutz und sind ein beeindruckendes Fenster in die Vergangenheit.